Hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Jetzt bin ich ja zu 90% wieder gesund. Ein bisschen Husten habe ich noch. Und ich weiß jetzt endlich, wie es weitergeht. Ich habe natürlich off-weiter gespielt. Ich werde euch das jetzt einmal demonstrieren. Das wissen wir schon. Ja, eine Woche war ich jetzt krank. Ich hatte Schnupfen gehabt. Husten. Ich meine, jetzt habe ich auch noch Husten, aber nicht zu viel. Ich bin schon lang. Und zwar. Stimmt, ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Hier gibt es einen Weg dazwischen. Den habe ich nicht gesehen. Möglicherweise muss ich hier durch. Habe ich einfach übersehen bei der vorigen Folge. Wow, da bin ich schon schräg. Ja. Habe ich übersehen. Natürlich gibt es auch keine Lösungen im Spiel, Gott sei Dank. Und irgendwie sieht man das ganz unheimlich aus. Das Spiel war ja schon längst fertig. Aber dadurch, dass ich ja krank war, hat sich das Ganze verzögert. Es ist kein Wasser. Öffne vorerst die zwei Ventile. Ich soll zwei Ventile öffnen. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn der Spind hier steht. Was, wir stehen da hinten? Gut. Ich würde mal sagen, ich stelle mal ein paar Sachen weg. Hier hängt er, ne? Nein. Nein, nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Kann man diese Tür zumachen? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Jetzt ist schon ein Stress, meine erste Aufnahme diese Woche. Und wieder mal Stress, ne? Gut. Ich habe das Gefühl, dass er den Spind aufmacht. Er kommt immer näher. Und jetzt? Er kommt nicht durch. Ja. Er bricht die Türen. Oh, shit. Uh, das ist aber ein großer Raum. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hey, da kommt... Oh, shit. Ich bin hier in seinem Waschraum. Das dürfte das erste Ventil sein. Jetzt haben wir natürlich das erste Ventil geöffnet. Batterien wird jetzt der Knaller. Puh, wo könnte das zweite sein? Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Tut mir ja nicht. Scheiße. Ich rede nochmal da, du. Ich will mir einfach jetzt da noch heissen. Hm, gute Frage. War ich hier schon? Ja, da war ich schon. Aber warte, ich habe eine andere Idee. Oh, da dürfte, glaube ich, das andere Ventil sein. Ah, der sieht mich nicht. Da ist er wirklich bescheuert. Der kann mich nicht sehen. Das ist mal... Ja, das ist halt schwer zu sagen. Hat mir nicht gesehen. Ist auch gut so. Oh, da dürfte irgendwo das Ventil in der Nähe sein. Bleib genau hier stehen. Du sollst einfach nur weggehen. Geh weiter, weiter. Ja, super. So, welcher Raum war das noch einmal? Ah, der Raum mit dem Spind. So, jetzt bin ich drinnen. Das ist gut so. Weil da kann ich dann die Türe schließen. Richtig spannend. Er kommt nicht, er geht nicht durch. Das ist das Problem. Dann müsste er vorbeigehen. Dann kann ich die Tür zumachen. Dann macht er nicht. Schnell verstecken. Er ist weg. Kontingtor. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn gar nicht. Oh, er kommt schon. Schnell da durch. Ah, das ist stressig. Das ist echt nervig jetzt. Er kommt, er geht nicht durch. Das ist das Problem. Ist das so klug oder ist er nicht klug? Wir testen das jetzt da aus. Psch. Das hätte ich lieber nicht machen dürfen. Scheiße, das war ja noch etwas. Oh, kommt immer näher. Psch. Du kannst mich nicht sehen. Ich weiß den Raum nicht mehr. Gut, er geht jetzt die Tür durch. Guckt in den Spind nach. Alter, geh weg von mir. Kostest mir echt nerven. Gut, er geht jetzt weg. Ich bin momentan am... Gut, wir müssen da durch, wo er hingegangen ist. Nein, Blödsinn. So. Jetzt müssen wir hier durch. Ich kann hier ausschalten. Yes. Super. Warte mal. Alter, ich brauche Batterien. Das geht gar nicht. Das ist so ein Lichtschalter. Wäre jetzt ein Klassiker. Ich habe keine Batterien mehr. Habe ich noch eine Batterie? Jetzt können wir jetzt durch diesen Raum gehen. Verdammt, wie komme ich denn da durch? Ah, hier. Super. Zuerst war er ganz ruhig, dann geht er mich an. Puh. Bin ich jetzt schon beim Ende? Bin ich jetzt schon draußen? Suche Vater Martin. Aha, okay. Ich muss immer den suchen. Ohne 80 wird es wohl nicht gehen, ne? Suche Vater Martin. Ich weiß, wo er ist. Hm, ich glaube, wir sind schön in der Nähe. Vielleicht einfach nur diesem Licht folgen. Was? How? Dokument haben wir jetzt auch schon. Hm. How? Ah, jetzt... Da kann ich nicht tun. Ich muss jetzt demnächst Batterien finden. Aha. Hä? Was ist das Schönes? Der Schlüssel ist notwendig. Das ist ein Häuschen. Super, Batterien haben wir jetzt. Uh, nochmal Batterien. Sehr gut, das dürfte dann diese Türe da drüben sein. So, es ist ja natürlich offen. Dürfte mich schon fast beim Ende sein. Soll ich gerade schön, wenn man im Dunkeln herumspazieren muss? Ohne. Ohne. Ja, okay, das reicht jetzt auch schon wieder. Ich muss ja meinen Vater finden. Hey, Ubi, ist mir leid, da wird ich jetzt hingehen. Was ist das für eine Hintergrundmusik? Muss ich vielleicht auf die andere Seite springen? Natürlich muss ich das. Das ist ja fast zu wie Mirals Eich. Verzeihung. Wer ist Vater Martin? Ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube, dass ich nach hinten muss. Hier ist eine Tür, die leider nicht aufgeht. Wir sind im Gefängnis. Es sieht aus wie ein Gefängnis hier. Und... Ah. Na komm. Super. Okay, es ist jetzt... Ich muss raus hier. Wieso, was ist da leicht? Was könnte dort sein? Das ist die Frage. Jetzt habe ich eine Batterie. Ich habe mir gedacht, ich mache heute eine Überlänge, weil vielleicht sind wir ja schon beim Ende. Ja, und jetzt? Boah. Was? Ich drücke hier, um die Batterie aufzuladen. So. Was? Wo bin ich? Gut, da komme ich nicht durch. Ich glaube, es dürfte in meiner Nähe sein Rauner an. Solange ich diesen Typen nicht da anstehe. Was ist das Schönes? Gut, so kann er mich auch nicht sehen. Ich habe Durst. Scheiß, die waren da an. Da wird schon irgendwo eine Tür sein, wo ich mich dann... Ja, da drüben ist die Tür und da muss ich auch drüben. Ich warte da jetzt nicht ewig. Gut, wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es auch. So, da komme ich nicht durch. Das heißt, ich müsste... Und ja, das war es auch schon. Da müsste ich vielleicht auf die andere Seite drüben. Uh, das war jetzt ein heftiger Donner. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ah, das war jetzt nicht so gut. Wo bin ich da jetzt? Oh Gott, den Himmel. Das Gesehende ist einfach so gespawnt worden. Aber die Batterie wird eben auf jeden Fall holen. Schnelle grüchen kannst du nicht. Ich muss da durch, wo er nämlich gerade hingeht. Gut, da ist Timing gefragt. Warum gehst du nicht schneller? Super. Psch, ganz leise. Super. Finde Vatermann in der Frauenstation. Gut. Ich würde sagen, das mache ich dann in der nächsten Folge. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.